Aufnahmen von so, gerade wenn Hunde spielen, das schaut echt gut aus. Gerade im Schnee auch noch. Ja, sagen wir, in so Spielreflexkameras, oder was ist das denn? Ja, die können es meistens nicht so gut. Die Hände sind viel billiger, wenn du eine Zeitlupe haben willst. Wenn du eine Spielreflexkamera mit Zeitlupe haben willst und 4K-Aufnahme, dann bist du ab 3.000 Euro dabei.